La Sonate en Si Bémol Mineur, Op. 35 de Frédéric Chopin Wladimir Aschkenazy will now conclude his program with the Sonata in B-Flat Minor, Op. 35, by Frédéric Chopin. Zum Abschluss des Programmes spielt Wladimir Aschkenazy nunmehr die Sonata für Klavier in Bémol, Op. 35, von Frédéric Chopin. Die Sätze lauten Grave, Doppio Movimento, Scherzo, Marche Funebre und Presto. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020